Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Kirby Forgottenland. Immer noch ohne Apfel und nur mit mir. Heute machen wir den Boss hier. Bin gespannt. Vor allem instant auch schauen, ja kein Damage nehmen, um einfach einmal weniger ihn besiegen zu müssen. Die Maxi-Tomate snacken wir natürlich gerne. Was haben wir hier? Bomben? Dachl? Wind und Schwert? Schwert? Ah, ich bleib mit Bumerang. Yeah. Wer bist du? König DDD, oder? So? Wer werden wir getrickst? Also nicht DDD. Will jetzt, Feind. Vergess DDD? Es ist DDD. Puh. Nein! Okay. Okay, und den Damage haben wir verkackt. Ow, ow. Okay, ich kann ihn nicht töten. Ficker, stirb! Oh mein Gott! Wie wir hier voll getrickst wurden! Oh nein! So. Jetzt aber! Ja, das klingt schneller als gedacht. Wenn es jetzt vorbei sein sollte. Es ist vorbei. Oh, cool. Das war's. Nur das eine. Das andere ist wahrscheinlich ohne Damage. Innerhalb von zwei Minuten. Das haben wir. Ohne Schaden. Wer helfen dir dir auf? Das ist ein Pinguin oder so. Und kann ihm nicht lange böse sein. Oh nein! Oh nein! Nicht die Cliffys! Und Hasen und Schlangen! Lauft! Freunde! Nein, aber sterben. Tu es nicht, DDD. Opfere dich nicht. Nein. Wir sind doch erst Freunde geworden. Das sieht ziemlich krass nach hinten aus. Zum Beispiel die Spracherkennung aktiviert. Das finde ich cool. Ich würde nur einfach gerne wieder den vergesste Idee nochmal machen, weil ich... ...spiel sie mir ein. Das wollte ich irgendwie nicht. Kurz darauf begann unser Labor die Erforschung der Teleportationsfähigkeiten von IW M86. Untersuchungen, die das Fundament unserer heutigen sanitarischen Teleportationstechnologie bilden. ... 30 Jahre nach Forschungsbeginn kam es in Folge eines Laborexperiments jedoch zu einem Zwischenfall. Dabei gelang einer neuen Lebensform die Luft, die sich vom Hauptsystem nun, abzeigen. ... Bitte was? Ähm, Angst? Das kam jetzt unerwartet. Ich dachte, wir machen uns die Folge nur DDD. Wer zur Hölle bist du? Ein Embryo? Geht's um den Löwen? Oh Gott. Sieh nur genau hin, Rosa Eindringling. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Dabei verfügt der Große Eine nicht einmal über seine vollständige Form, ohne seine andere Hälfte ist er unvollständig. Vor langer Zeit gewährte der Große Eine den Bewohnern dieser Welt eine wunderbare Kraft. Die Bewohner verließen daraufhin diese Welt und betraten ein Land der Träume. Sobald der Große Eine wieder vollständig ist, dann, ja dann wird uns ebenfalls diese wunderbare Kraft verliehen. Uns, die wir in diesem vergessenen Land zurückgelassen wurden. Und nun ist der Zeitpunkt endlich gekommen. Nicht, ich hab den Namen schon vergessen. Ganz recht, diese winzige Kreatur hier ist die fehlende Hälfte des Großen Einen. Nach all der Planung der Plackerei können wir den Großen Einen endlich behilflich sein, seine vollständige Form anzunehmen. So viele Jahre träumten wir bereits von diesem Moment. Solltest du uns in die Quere kommen. Verputzen wir dich mit Haut und Haaren. Kirby hat keine Haare. Oh, komm. Easy. Das ist schlecht. Ich hab doch B gedrückt. Stirb. König der Bestien, Leopold. Ich weiß nicht, wie ich nicht getroffen wurde. Aber es macht mich glücklich. Oh Gott. Was? Wir müssen konzentrieren hier an. Nein. Ich hab die Haare. Kann ich bitte mein Alte wieder? Ich muss mich verarschen. Okay. Danke. Danke. Ach so. Bro, kein Problem. What the fuck? Okay, da hat ziemlich viel Leben. Eine ziemlich hohe Defensive. Ah, er macht den Selberangriff nochmal. Willst du denn eine Kampfangriff machen? Danke, Klavier. Oh Gott. Ah, wie close. Das muss reichen. Uh. Fuck you, Leopold. Weil, Leopold war nicht der Endboss. Das könnt ihr mir nicht sagen. Das wird ziemlich lame. Imagine, das ist jetzt das Finale. Ja, dachte ich mir schon. Du, du wachst es. Plan ruiniert. Wichtiger Plan. Ben. Benötiger Arbeiter. Öffnet... Benötiger Arbeiter? Öffnet Wirbel. Pfand Lakaien. Brachte sie her. Macht den großen Fehler. Lästiger rosa Fremdkörper. Sorgfältige Planung. Zunichtige Macht. Weitere Planung zwecklos. Geduld aufgebraucht. Zielsetzung angepasst. Alles soll verschlungen werden. Krank. Krank, Bro. Wie kannst du denn sowas sagen? Oh, die sehen sich ja wirklich ziemlich ähnlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Hälfte ist. Diese Blicke. Oh nein! Sie sterben alle! Wurde Leopold auch? Ja. Run, run boy run! Oh yeah! Wenn wir mal die Kohle hier trinken. Okay, wir können nicht eingreifen. Wir müssen wirklich hier durch. Cool. Da müssen wir jetzt weglaufen. Ja. 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 ... ... ... ... ... Raff. Raff. Ich glaube, dass hier für den Boomerang ziemlich perfekt ist. Das war auch nicht allzu spektakulär. Oh, episch ausweichen. Nein! Ich habe vergessen, wie du heißt. Sorry, Bro. Ich kann nicht Nein sagen. Ich kann nicht Angst haben. Weil ich nicht weiß, wie du heißt. Aber jetzt haben wir ihn verloren. Wenigstens gibt es hier keine Worte, die ich verpassen kann. Ist da eine Tomate? Da liegt wirklich eine Tomate. Cool. Ich werde beim Boomerang bleiben. Warum soll ich wechseln? Gibst du Schlaf ein? Was ist das, das Eis-Item? Ich dachte, das wäre ein Stachel-Item. Ups. Hier kann man was mich hoch. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Das sieht nach epischem Endfighter aus. Kannst du bitte runterkommen. Ich kann nicht so weit hochfliegen. Danke. Elfie. Wie ist die Elfie? Elfie, die ist? Keine Ahnung. Es ist nur, dass ich es hasse, wenn Gegner fliehen. Bro. Komm runter. Ich will nicht nur deine Angriffslust, sondern... Du Pissar du. Ach komm, what the fuck Okay Okay, ich muss mich hier an erstmal gewöhnen Ich dachte schon, er stimmt wieder Stimmt wieder Stimmt diesmal anders Au, der brennt Oh Gott Ich hab Angst Bruder, was hast du Oh mein Okay Das ist ein Endboss-Fight, wenn ich mal einen gesehen habe Achso Ich hab noch gar nicht drauf klar, was der hier macht Ich hab Angst vor dem, was ich machen muss, wenn ich sterbe Wie, what Äh, was machst du da Bro Hör auf Bro Nein Ich pack das Ding wieder weg Okay Okay, wir haben ihn Wir haben ihn in die zweite Form gebracht Angst Ich bin jetzt schon fast tot Oh, okay Bruder Bitte Ist das ein Haus Ich seh nicht, wo du Oh mein Lass mich bitte in Ruhe Ich seh grad, dass die Aufnahme lag Du willst mich verarschen, oder? Sorry Also, das tut mir jetzt ziemlich leid Das tut mir ziemlich leid Ich versuch nochmal schnell was Schnell was zu fixen Ich weiß nicht, wie lange es schon gelegt hat Wie gesagt, es tut mir ziemlich leid Nein Das kann's nicht sein Das lief so gut zum Schluss hin Und dann lass ich mich da das eigene mal treffen Fuck Das müssen wir nochmal machen Vielleicht ziehe ich den dann lag frei Ach, Mann Ja, die kennen wir schon Ich weiß nicht, wo wenigstens, worauf ich achte Ich weiß nicht, wo wenigstens, worauf ich achte Ich mich trotzdem treffen Ich weiß nicht, wo wenigstens, worauf ich schon Nee, du bist gut. Oh, du hast das Schießt mit mir. Okay, ich habe es nicht mehr. diesen Angriff fasse ich. Werd einfach im Kreis um dich rumlaufen. Kannst nichts zu gegen tun. Du Pisser! Er hat meine Kamera gedreht. Mit der mit Absicht gemacht. Jetzt muss ich wieder ein bisschen drüber spüren. Come on! Ich mach das nochmal auf. Oh Gott! Stimmt, der Puck ist ja einen langen Fall aus. Ich bin nicht getroffen worden. Sehr schön. Oh Gott! Sieht immer noch nicht ganz so gut aus. Sieht immer noch nicht ganz so gut aus. Okay, die paar Steine, den kann ich ausmachen. Die sind nicht das größte Problem. Uh, mein Freund allerdings. Wie hab ich Angst. Oh mein Gott, hatte ich so viel Glück. Ich hatte beim letzten Mal so viel Glück, dass ich nichts in den richtigen habe gestoppt. Fuck! Der schlägt! Und jetzt schnell. Komm, einiges schneller. Okay, wir treffen dich. Fuck! Das wird wieder mit einem Schlaf vorbei sein. Das wird wieder mit einem Schlaf vorbei sein. Nein! Der kann es ja nicht sein! Ich weiß! Stimmt doch! Und jetzt? Ah! Alla! Second try! Oh mein Gott, Sarah. Ich hole... Du sollst nicht existieren, du bist nicht vollkommen. Was für eine unglaubliche Macht. Ich fürchte uns Schlimmes bevor. Was ist denn Kirby? Hui, ist das etwa... Ist das deine Heimat? Nee, Pop. Oh nein, die Pop wird in den großen Birbel gezogen. Er soll womit ein... Dieser Welt verlieren. Wir müssen das verhindern. Aber wie nur? Oh, Junge. Als ob ich jetzt ein Drummer bin. Oh mein Gott, dieses Finale killt mich. Oh mein Gott. Nee, das ist hier ein Checkpoint. Ich traue mir nicht zu, dass ich die Souveränel... Ich wollte mir schon sagen, ob er... Sie haben überhaupt sterben. cracking zusammen. Das ist mir immer Löcher. Ich hacke das ohne Enten, der heim. Das Ding steuert sich so, als wäre die Hälfte der Reich verschoben, wie er abkommt. An mir ist es oder muss ich noch was machen? Man könnte mit sovon schießen, ne? Ja, jetzt erwarten. Oh mein Gott, ich werde es nicht auf dem Weg treiben. Vorbereitet. Komm, hier. Komm! Ich weiß nicht, ob ich noch B drücken kann, so. Oh Gott, das geht mir alles, was ich hier passiert. Oh mein Gott. Fuck. Oh Gott. Ich hasse es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pesschen, Pesschen. Ja auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn ich BDD noch ohne damage beziehe. und ziehe ich dann die Scheiße hier auf, was wir machen. Ist das der Planet Pot? Alles wird eingesauft. Was soll ich dagegen machen? L4! Hey Kirby, danke für alles. No Probleme, Bro. No Probleme. Ja, Jungs, haben wir das auch geschafft. Playpop ist gerettet. Ich habe alle Waddleleys bis auf einen retten können. Boah, geht die Mucke ab. Selbst in der Horizontal wusste ich, was es ist. Ich werde sie nicht sehen. Das Gürteltor. Komm, Meterleit im Hintergrund. Jetzt türen wir hier alle einfach als Freunde. Das ist ein cooler Sender. Oh, jetzt haben wir hier die Credits. Oh mein Gott. Wir haben es endlich durch. Okay, wir vergotten. Es kommen noch ein paar Folgen, weil ich noch was Nebensaggelesen zu machen möchte. Zum Beispiel jetzt die Idee nochmal ohne Daniels besiegen möchte. Sollte ich nachher, dass ich nochmal alles machen müsste und noch einen Lott Fan wollen. Aber ich würde mich jetzt erstmal in YouTube verabschieden. Ich würde schauen, dass die Credits haben. Dann solltet ihr nachher noch was kommen. Sehr da auswendig. Ist halt wohl vorbei, ist mein Dickenslöse. Okay, ciao. Sollte ich nachher, ist mein Dickenslöse. проверenes Fragen, für eine Frage, CO5-DASEDA durch. sehr wählen wir Antesına für Ein Detailer. Das ist mein Dickenslöse. Sollte ich mich jetzt gerne mitnehmen. Äthatsο alliances. Wenn ich sage, würde ich für ein Addet aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020